Und wir wollen nochmal auch sprechen über diese Kriegsgefangenen, die jetzt zum Tode verurteilt wurden von pro-russischen Separatisten. Inwiefern verstößt das auch gegen die internationalen militärischen Regeln, wie eben Kriegsgefangene zu behandeln sind? Das sind ja nicht nur militärische Regeln, das ist die Hager Landkriegsordnung von 1907, die die Behandlung auch von Kriegsgefangenen regelt. Die Verantwortung für die Einhaltung hat der Gewahrsamsstaat, das ist Russland, denn diese Schurkenrepubliken, wie ich sie gerne nenne, sind ja gar keine anerkannten Staaten. Und dass die ein oberstes Gericht haben, ist schon fast eine Unverschämtheit. Und Kriegsgefangene dürfen keiner unmenschlichen und entwürdigenden Behandlung unterliegen. Die repressalien sind verboten und die Todesstrafe natürlich sowieso. Und die Kriterien sind, dass sie offizieller Beteiligte an dem Krieg sind, dass sie Uniformen, Kennzeichen und so weiter tragen. Das liegt hier alles vor. Und außerdem diese beiden, über den Marokkaner weiß ich nicht viel, aber die beiden Engländer, die leben seit 2018 in der Ukraine. Die haben ukrainische Frauen und die sind seit mehreren Jahren Angehörige der ukrainischen Streitkräfte. Und wenn Lavrov sagt, auf diese Republiken haben wir gar keinen Einfluss, dann ist das mal wieder so gelogen wie fast alles, wie er sagt. Aber im Übrigen ist das unzulässig, was sie tun und es ist im Grunde dann auch wieder ein Kriegsverbrechen. Und wenn ihr das unzulässig, was sie tun und es ist im Grunde dann auch wieder ein Kriegsverbrechen. Und wenn ihr das unzulässig, was sie tun und es ist im Grunde dann auch wieder ein Kriegsverbrechen. Und wenn ihr das unzulässig, was sie tun und es ist im Grunde dann auch wieder ein Kriegsverbrechen.